Hallo und herzlich willkommen bei Bion Brezel Tabletop. Heute schaue ich mir für euch Creators of the First Dawn an. Ja, ich habe es in der letzten Hobbywoche schon angekündigt und hier ist es, Creators of the First Dawn. Kommt nächste Woche auf Kickstarter und der Falco, der Hauptverantwortliche hinter dem Spiel, hinter Creator Board Game Studio, hat mir das Spiel für euch kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich euch das mal zeigen kann. Und ganz wichtiger Punkt, das Ganze ist natürlich ein Prototyp erstmal, das heißt vieles von dem, was ihr hier seht, ist noch nicht final. Ich sage auch gleich nochmal was zu den Komponenten, da ist nämlich noch extra Spezial-Dingens-Prototypen-Informationen dazu und natürlich, ich habe dafür nichts bezahlt. Meine Meinung ist aber trotzdem, wie immer, meine eigene. Aber jetzt erstmal die Frage, was ist denn eigentlich Creators of the First Dawn? Sieht jetzt auf den ersten Blick auf der Box vielleicht ein bisschen wenig aussagekräftig aus. Über den Artstyle sprechen wir gleich auch nochmal, aber grundsätzlich, Creators of the First Dawn ist eine Götterschlacht. Also das ist, glaube ich, am einfachsten gesagt. Es ist für mehrere Spieler möglich, von zwei Spielern bis eins, zwei, drei, vier, fünf Spielern kann man das Ganze spielen. Und jeder Spieler übernimmt mindestens einen Gott, man kann auch mehrere übernehmen und breitet sich im Kosmos aus, indem man Landschaft, Welten schafft, Gefolgsleute aushebt und gegen die anderen Götter antritt. Das Ganze hat verschiedene Elemente, Strategie-Elemente, Wargaming-Elemente, aber auch eben so Area-Control-Elemente, weil es eben sehr, sehr wichtig ist, wie man diese Welt, die man erschaffen hat, auch dann tatsächlich kontrolliert. Und es kommt komplett ohne Zufall aus. Also es ist ein sehr, sehr kopfiges, sehr, sehr schachiges, würde ich schon fast sagen, Spiel, geht aber ein ganzes Stückchen weiter noch. Aber da geht es dann, wenn ich über das Gameplay spreche, drum. Ganz kurz, ich spreche jetzt gleich über die Komponenten natürlich, was da drin ist in der Box, was ihr auch erwarten könnt im Rahmen des Kickstarters. Ich werde über die Regeln natürlich sprechen und ich werde noch ein bisschen meine eigene Meinung zu dem Ganzen euch mitteilen. Genau, aber lasst uns doch mal, bevor es jetzt in das eigentliche Spiel reingeht, ganz kurz nochmal die Komponenten anschauen. Ich habe es in der letzten Hobbywoche auch schon mal euch gezeigt gehabt. Ich habe das Spiel euch einmal ausgepackt, so wie ihr das eben bekommt. Und das Wichtige hier ist tatsächlich, ganz am Anfang zu bedenken, dass die Miniaturen, die hier gleich zu sehen sind, die Plastikminiaturen, die sind alle 3D gedruckt. Und die werden so im Rahmen des Kickstarters nicht direkt physisch verfügbar sein. Es gibt nämlich zwei Optionen, wie man das Ganze backen kann. Es gibt einmal die Standard-Edition, da sind dann alle Figuren, also sowohl die Götter als auch die Volksleute als Standys mit drin. Die Götter als Acryl-Standys und die Volksleute als Pub-Standys. Und dann gibt es noch eine ohne Miniaturen-Option, wo dann gar keine Miniaturen drin sind, also auch keine Standys, sondern da sind dann nur die Pub-Elemente drin. Das Spielfeld, diese Teilmarker, diese ganzen Spielhilfen, Tokens und sowas sind natürlich alles drin, aber eben gar keine Figuren. Und die sind speziell für Leute, die sich die Figuren 3D drucken wollen. Weil egal welche Optionen man nimmt, egal welchen Plätsch man nachher nimmt, es sind immer kostenlos, als kostenloses Add-on, die STL-Dateien für die Figuren dabei. Das heißt, wenn man einen 3D-Drucker hat oder jemand kennt einen hat oder verfügbar hat, irgendwie einen Druckservice oder sowas, dann kann man sich dann eben mit diesen STL-Dateien die Figuren, wie ihr hier seht, bei mir quasi schon dabei waren im Prototypen, die könnt ihr dann entsprechend ausdrucken. Es sind auch sehr schöne Figuren, muss ich sagen, da fängt es schon direkt an mit der Ästhetik, sie sind extrem abgedreht. Also es ist teilweise erst auf den zweiten oder dritten Blick erkennbar, was das eigentlich ist, weil es wirklich so ein wilder Mix ist aus verschiedenen Stilen und auch eben dieses abgedrehte, abgehobene Göttliche da schon direkt quasi mit reinfließt in den Stil. Genau, das sind quasi die Komponenten. Ansonsten, der Rest sind tatsächlich eben Pub-Elemente, wir haben verschiedene Teilmarker, wir haben die sehr wichtigen Hexfelder, mit denen man das Spielfeld aufbaut. Ich habe jetzt hier so ein Standard größeres Spiel aufgebaut, also so ab vier Spieler baut man das größer auf, wenn man weniger Spieler hat oder weniger Götter, dann baut man es eben einmal kleiner auf und es gibt aber auch noch jede Menge Möglichkeiten im Rahmen der Module, über die ich auch noch gleich noch ein bisschen sprechen werde, das Spielfeld auch anders aufzubauen. Weil ihr seht vielleicht, das ist alles modular hier, also man hat hier quasi so ein zentrales Spielelement und darum herum kann man dann eben die Spielfelder auch aufbauen. Das ist jetzt eben bloß der Standard-Modus. Und ja, ich würde sagen, wir steigen direkt, glaube ich, in das wichtigste Element ein zu diesem Spiel und das ist, wie spielt sie es eigentlich? Und ich habe es, glaube ich, im Titel, wenn ich mich dann so final dazu entscheide, dazu genannt, wenn die Götter Schach spielen. Und das hat einen guten Grund, weil erst mal mich persönlich tatsächlich erinnern die Figuren, die dabei sind, also die 3D-Figuren, ein bisschen an einfach abgedrehte Schachfiguren. Aber viel wichtiger ist noch, das Spiel selber spielt sich recht schachig. Also, man hat keinen Zufall, es ist sehr, sehr strategisch, sehr, sehr taktisch. Das Spiel wird auch relativ schnell komplexer und es geht sehr, sehr stark darum, den Gegner auszumanövrieren. Den Gegner irgendwie dazu zu verleiten, Fehler zu machen, ihn in ungünstige Situationen zu bringen und ihn letzten Endes in eine Situation zu manövrieren, in der er nicht mehr rauskommt aus dem Spiel. Und grundsätzlich beim Standardmodus geht es darum, dass man letzten Endes alle gegnerischen Götter ausschalten muss. Und das schafft man eben nur dann, wenn man auch alle ihre Gefolgsleute und alle ihre Städte zerstört hat. Ein klassischer Spielzug ist immer in verschiedene Phasen unterteilt. Dafür gibt es auch diese Spielhilfe, die jeder Spieler bekommt. Gut, da kann man seine Ressourcen darauf vermerken. Es gibt Mana als Ressource, das ist hier. Und es gibt Lehm als Ressource, das sind die einzigen Ressourcen, die es gibt. Und dann gibt es eben diese Phasen. In der Ressourcenphase werden Ressourcen generiert, basierend darauf, wie viele Felder und wie viele Städte man kontrolliert letzten Endes. Also auf wie vielen Feldern man Einheiten draufstehen hat. Wie das aussieht, zeige ich gleich. Dann gibt es die Bauphase, in der kann man eben die Welt vergrößern im Prinzip. Also wir reden hier von Göttern und die bauen nicht einfach nur ein paar kleine Häuschen, sondern die bauen Welten. Also ihr könnt im Prinzip eure Felder auf dem Spielfeld auslegen, indem ihr dafür Ressourcen ausgebt. Normalerweise Lehm, aber Mana geht auch. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und außerdem habt ihr eben auch die Möglichkeit, Städte zu bauen. Die gehen nur mit dem Lehm und die baut man dann eben oben drauf auf die Hexfelder. Und das ist die Bauphase. Ich fange wirklich, ich fange so einfach an, wie es sich am Anfang anhört. Dann kommen die Einheitenphasen. Wenn ihr eine Stadt habt, dann produziert diese Stadt automatisch einen Gefolgsmann. Das sind dann diese kleinen Figürchen, wie gesagt, aus Pappe dann im Standard-Pledge. Und in jeder Stadt, in jedem Feld können bis zu drei Einheiten stehen, plus die eigene Gottheit. Und so kommt ihr eben standardmäßig an Einheiten ran. Dann gibt es die Move-and-Fight-Phase, in der könnt ihr eure Einheiten und eure Gottheiten aktivieren. Die Einheiten können sich immer ein Feld bewegen. Immer ein angrenzendes Feld natürlich. Und die Gottheiten können sich bis zu zwei Felder bewegen. Wenn sie dabei auf eine gegnerische Einheit stoßen, dann wird erstmal geguckt, okay, wie viele sind denn auf jeder Seite? Sagen wir mal, ich habe hier zwei so Orangene und die laufen hier auf das Feld mit dem Lilanen. Die beiden Felder sind gleich hoch. Das heißt, wir haben einen Kampfwert von zwei versus eins. Ein Minion hat einen Kampfwert von eins. Eine Gottheit übrigens auch. Und dann wird einfach die Differenz abgezogen. Das heißt, der Lilane stirbt, weil er in der Unterzahl ist und ein Orangener wird entfernt. Super einfach. Da kommt dann aber direkt noch dazu, dass zum Beispiel es Höhenunterschiede gibt. Das heißt, wenn zum Beispiel der Lilane ein Feld höher steht, weil da schon zwei Terranfelder draufstehen, dann wird der einfach um eins stärker, weil der den Höhenvorteil hat. Sobald man den Höhenvorteil hat, gibt es einfach plus eins Basis. Also es geht nicht pro Höhenvorteil, sondern sobald du höher bist, kriegst du plus eins. Das heißt, wir haben hier einen Gleichstand quasi, weil es ist zwei gegen zwei und dann werden einfach beide Seiten ausgelöscht. So funktioniert Kämpfen in der Theorie, in der Basis. Und dann haben wir noch die Fortify-Phase. Das ist die fünfte und letzte Phase in jeder Runde. Da kann jeder dann nochmal regulär bauen mit Lehm. Also man kann auch später in der Runde zum Beispiel Städte bauen oder eben neue Terranfelder ausheben. So, das hört sich jetzt recht einfach an, würde ich sagen. Ist es aber nicht. Weil nämlich, ihr habt ja noch diese Mana-Ressource erstmal. Und diese Mana-Ressource kann man für verschiedene Zaubersprüche benutzen. Und die Zaubersprüche wiederum, die kann man in fast jeder Situation im Spiel verwenden. Und manche davon sogar in der Runde des Gegners. Grundsätzlich, diese Phasen, die ihr da durchlauft, die sind immer für jeden Spieler. Das heißt, alle Spieler machen zuerst ihre Ressourcenphase, dann machen alle Spiele ihre Bauphase, dann machen alle Spiele ihre Einheitenphase und so weiter und so weiter. Das heißt, man hat nicht einen großen, langen Zug, wo man auf das wartet, was der Gegner macht. Sondern jeder hat relativ schnell immer was zu tun. Es geht immer so reihum. Wobei dann auch es so einen First-Player-Marker gibt, der immer auch nach jeder Runde weiter wandert. Das heißt, wer zuerst dran ist mit jeder Phase, verändert sich dann auch im Verlauf des Spiels. Ist auch tatsächlich sehr, sehr relevant, taktisch gesehen. Ja, aber eben diese Zaubersprüche, die könnt ihr zu ziemlich jeder Zeit machen. Und dafür braucht ihr eben Mana. Und Mana generiert ihr einfach über die Anzahl eurer Einheiten. Das heißt, für jede Einheit, die ihr habt, jeden Minion, jeden Gefolgsmann, jeden Gott und jede Stadt, die ihr gebaut habt auf dem Spielfeld, bekommt ihr in der Ressourcenphase ein Mana. Und es gibt eben insgesamt neun Zaubersprüche. Die sind halt auch hier auf diesem Board festgelegt. Es gibt die Create, die Erschaffungszaubersprüche. Es gibt die Verteidigungszaubersprüche. Und es gibt die Zerstörungszaubersprüche. Die Create-Zaubersprüche machen im Prinzip genau das. Mit denen kann man jenseits der Bauphase oder auch während der Bauphase, wenn man das möchte, ebenfalls diese Terrainmarker platzieren. Und da kommt schon ein wichtiger Punkt. Man kann eben nicht nur einen so einen Terrainmarker platzieren auf einem Feld, auf einem Hexfeld, sondern man kann da ziemlich viele drauf packen. Man kann da immer wieder neue drauf packen. Und das Ganze wird immer höher und höher und höher und höher. Und ihr habt ja eben schon gehört, das ist relevant beim Kämpfen. Das heißt, ihr habt schon mal die Möglichkeit, euch so eine Art Festung zu bauen, euch einen Höhenvorteil zu verschaffen, weil dieser Höhenvorteil gilt auch, wenn ihr angreift. Das heißt, wenn ihr von oben nach unten angreift, dann bekommt ihr ebenfalls diesen Plus-Eins-Bonus. Und so ist es natürlich, kann das relativ schnell eskalieren zu so einem leichten Wettrüsten, wo dann eben die Felder übereinander gestapelt werden. Und, ähm, aber gleichzeitig geht's auch in die andere Richtung. Mit den, mit den Create-Zauber-Sprüchen könnt ihr zum Beispiel auch für, also einfach nur ein normales Feld schaffen, kostet einfach bloß ein Mana. Ihr könnt aber auch für zwei Mana, könnt ihr die Höhe eines Stapels auch wieder reduzieren, bis auf null. Das heißt, da verschwindet dann das Feld wieder. Und wenn da dann in diesem Moment zum Beispiel Einheiten draufstehen, dann verschwinden die mit. Einheiten, also normale Minions, werden zerstört. Wenn eine Gottheit stirbt, dann wird sie einfach wieder zurück auf ihr Startfeld gestellt und, äh, darf dann in der nächsten Runde wieder normal agieren. Es sei denn, sie hat keine Einheiten und keine Städte mehr auf dem Feld. Dann ist sie raus. Dann hat der Spieler verloren. Und, äh, also ihr habt schon, vielleicht die ein oder anderen von euch, die so, so klassische PC-Spiele wie zum Beispiel Populous gespielt haben. Populous the Beginning oder auch Black and White, äh, wissen ja, dass ein Teil von gerade Ghetto-Simulationen sehr, sehr gerne ist, dass man eben auch das Terrain die Welt direkt beeinflussen kann. Und eben nicht nur die Einheiten und Gebäude und sowas, die auf dem Spielfeld sind. Und dass das ein wichtiges taktisches Element auch ist. Und das spielt hier tatsächlich auch mit rein, weil es ist eben im Kern trotzdem auch so eine Götter-Simulation, auch wenn's relativ schachig daherkommt. Äh, und dann gibt's eben noch die Möglichkeit für insgesamt sechs Mana, ähm, Felder gleichzuziehen. Und das ist ein super interessanter Zauberspruch, weil der besagt einfach, du wählst ein Feld aus und dieses Feld, ähm, und dann wählst du, genau, dann wählst du ein zweites Feld aus. Und dieses Feld wird auf die gleiche Ebene gebracht, wie das erste Feld, das du ausgewählt hast. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein leeres Feld auswähle und daneben dann ein anderes Feld, egal wie hoch das ist, zum Beispiel jetzt vier hoch, dann wird dieses Feld auf dieses Feld abgesenkt. Das heißt, alle vier Teilmarker werden entfernt. Und natürlich auch alle Einheiten, die da drauf stehen. Genauso kann ich auch sagen, ich mach's umgekehrt, ich erhöhe das hier auf die Höhe und dann kommen da plötzlich vier Teilmarker drauf. Und plötzlich hat man da eine ganz andere Terrain-Situation. Und das Ganze, das ist auch natürlich relevant für die anderen Zaubersprüche, wird auch vor allem dadurch dann wieder interessant, dass die Zaubersprüche natürlich extrem mächtig sind. Also ihr seht das jetzt schon allein an diesen relativ einfachen Creation-Zaubersprüchen, dass man hier schon echt einiges machen kann. Das funktioniert allerdings nur, wenn man in Reichweite der eigenen Gottheit ist. Das heißt, Götter können nur Zaubersprüche wirken in Feldern, die entweder sie selbst betreffen, also in dem Feld, in dem sie drinstehen, oder die an ihr Feld angrenzen. Das ist die Einflusssphäre der Gottheit. Das heißt, man kann seinen Gott, egal wie wertvoll und angreifbar der auch ist, weil der stirbt genauso wie alle anderen Minions superschnell, kann man die nicht einfach zurückhalten und versteckt halten. Und genauso ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn meine Gottheit gerade hier vorne steht, mitten im Gefecht ist, ausgeschaltet wird und plötzlich wieder ganz hier hinten ist. Weil es gibt natürlich einen riesen Vorteil für den Gegner, der seine Gottheit weiter vorgeschoben hat. Also hier kommt dann auch direkt dieses taktische Positionierungs-Area-Control-Element mit rein. Und es gibt ja eben noch weitere Zaubersprüche. Die nächsten Zaubersprüche sind die Verteidigungs-Zaubersprüche und mit denen kann man tatsächlich auch reagieren. Das heißt, die spricht man nicht nur in der eigenen Aktivierung, im eigenen Zug, sondern auch in dem vom Gegner. Das heißt zum Beispiel, es gibt den Verteidigungs-Zauberspruch Schild für zwei Mana. Und der besagt einfach, dass man damit Angriffszauber abwehren kann. Das heißt, Angriffszauber gehen meistens auch auf ein bestimmtes Feld oder mehrere Felder. Und man kann eben zwei Mana für ein Feld, das in der Einflusssphäre des eigenen Gottes ist natürlich, ausgeben, um diesen Effekt zu negieren. Welche Effekte das sein können, da geht es dann gleich in die richtig spaßigen Zaubersprüche, nämlich die Angriffszaubersprüche. Mache ich gleich. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach für zwei Mana einen weiteren Gefolgsmann zu beschwören. Das ist natürlich ganz nett, wenn man relativ schnell eine größere Armee aufbauen will und nicht darauf warten will, dass man eben Städte bauen kann. Und am Anfang ist es auch relativ wichtig, weil man da ja noch nicht im Kampf ist, sondern sich erstmal aufeinander zubewegt. Aber es kann natürlich auch das Zünglein an der Waage sein, wenn man direkt in einem Gefecht ist. Wenn ich angegriffen werde von einem Gegner und der hat einen Vorteil von zum Beispiel zwei oder drei, dann kann ich sagen, okay, ich butte da jetzt ein bisschen Mana rein und beschwöre halt noch ein paar Soldaten rein. Da muss ich dann aber auch gleichzeitig natürlich aufpassen, wie viel Mana in Reserve mein Gegner noch hat, weil der darf das Gleiche machen. Der kann dann sagen, der kann wiederum reagieren und sagen, okay, ich beschwöre hier aber noch ein bisschen mehr rein. Also sowas kann super schnell eskalieren und extrem kostspielig werden, ohne dass jemand wirklich dann nachher gewinnt. Also es ist auch viel rumgerechnet drin. Deswegen sage ich, es ist ein kopfiges Spiel, weil man so ein bisschen vorher kalkulieren muss und ein bisschen abschätzen muss, wie sich mein Gegner jetzt verhält. Was ist der bereit zu investieren jetzt in dieses Gefecht, was wir hier gleich jetzt ausfechten werden? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dann gibt es noch einen richtig fiesen Zauberspruch. Da bin ich auch tatsächlich ein paar Mal darauf reingefallen, als wir gespielt haben. Und zwar ist es der Teleportationsspruch. Da kann man einfach für vier Mana ein Feld nehmen und alle Figuren, die in diesem Feld sind, inklusive auch Gottheiten, um ein Feld verschieben. Das ist, hört sich relativ, naja, vier Mana ist ja jetzt auch, da könnte ich auch zwei Soldaten für beschwören. Aber ihr glaubt nicht, wie unfassbar nervig das ist, wenn man einen gigantisch tollen Schachzug vorbereitet hat, jetzt gerade den gegnerischen Gottheit in eine Falle gelockt hat und da jetzt dann drauf geht mit seiner Armee und er sagt nö und teleportiert sich weg. Muss man auch wieder gucken? Hat mein Gegner genug Mana, um so Shenanigans zu betreiben? Und welche Art von Shenanigans betreibt er? Und in unserem Fall, als ich mit Falco gespielt habe, dem Designer dahinter, der hat tatsächlich sogar offensiv genutzt das Ganze dann. Der hat, als ich ihn angegriffen habe, hat der einen Teleport benutzt, um sich in mein Territorium reinzuteleportieren und da dann Unheil zu stiften. Und mich dann wiederum zu isolieren in seinem Territorium. Also das war super interessant, einfach zu sehen, wie da diese verschiedenen Zaubersprüche interagieren können, obwohl es gar nicht so viele sind. Und dann gibt es eben noch die Option der Angriffssprüche. Und die Angriffssprüche, da wird es dann sehr geradlinig und sehr zerstörerisch. Es gibt die einfache Möglichkeit, einen Blitzschlag oder, ich weiß nicht, es ist glaube ich ein Blitzschlag oder ein Feuerball oder sowas zu sprechen. Da kann man einfach einen, ähm, einen, nee, Moment. Doch genau, man kann einen Gefolgsmann des Gegners zerstören. Genauso wie man welche beschwören kann in der Verteidigung, kann man welche zerstören. Und, ähm, diesen Spruch genauso wie die meisten anderen Zaubersprüche, Angriffsszaubersprüche, kann man dann entsprechend mit dem Schild abwehren. Das ist so der langweilige. Kostet aber auch nur zwei Mana. Dann gibt es den für sechs Mana Meteoritenhagel. Und da wird es dann schon wieder interessant, weil da wählt man dann einfach angrenzend oder halt in der Einflusssphäre des eigenen Magiers, äh, der eigenen Gottheit einfällt. Und dann drei daran angrenzende Felder. Beziehungsweise man geht einfach zwei Schritte. Das heißt, ich könnte sagen, ich verteile jetzt noch ein paar, ähm, Terranmarker. Das ist übrigens auch wichtig, also die gibt es in jeder Farbe für jede Gottheit, diese Teilmarker. Es ist aber eigentlich nicht wichtig, weil man kontrolliert einen Teil nur, wenn man tatsächlich eigene Einheiten draufstehen hat. Das heißt, man kann die auch wild durcheinander benutzen. Muss man teilweise auch, wenn die eigenen ausgehen. Wenn alle aus sind, dann kann man keine mehr neu platzieren, bis wieder welche entfernt werden. So, sagen wir mal, wir haben hier jetzt auch, ähm, Moment, zack. So, wir haben hier so welche dastehen und da stehen jetzt noch drei Stück von dem anderen Gegner. Und ich könnte jetzt einfach sagen, ich wähle dieses eine Feld hier als Ziel und dann noch angrenzend dieses Feld und dieses Feld. Man geht hier einfach drei oder zwei Schritte. Und in diesen Feldern werden alle Untertanen entfernt. Es sei denn, der Gegner schützt ein Feld mit einem Schild. Und alle Terrainmarker werden ebenfalls um eins reduziert. Das heißt, in diesem Fall würde zum Beispiel komplett alles wieder im Äther, im Kosmos versinken. Und wir haben wieder eine neue Terrain-Situation. Ein extrem mächtiger Spruch, aber auch sehr teuer mit sechs Mana. Und dann gibt's noch den absolut genialsten Spruch. Der kostet allerdings auch zehn Mana und das dauert ein bisschen, bis man soweit kommt. Zumindest muss es da ordentlich hin eskalieren erstmal, dass man an diesen Punkt kommt. Aber wenn man an diesen Punkt kommt, das hat der Falco auch gesagt, es gibt im Spiel die Vulkanphase. Also das ist die Phase, in der die Spieler genug Ressourcen haben, um Vulkane auszulösen. Und dann geht's aber ab, die Luzi. Weil nämlich mit der Vulkanphase, das ist auch, finde ich, super witzig gelöst und auch sehr, sehr stimmig gelöst. Da sagt man dann einfach, ich platziere jetzt nochmal ein paar Hexmarker. So, ja, man visiert ein Feld an und angrenzend an dieses Feld wählt man dann nochmal drei Felder aus. Und die müssen dieses Mal, das dürfen keine Schritte sein, sondern die müssen direkt an dieses Feld angrenzen. Und das zentrale Feld, also erstmal, alle Einheiten, die in diesen Feldern sind, sind Geschichte. Und das lässt sich tatsächlich auch nicht mit einem Schild abwehren. Weil die Stufe-3-Zauber in allen Magielehren lassen sich mit einem Schild nicht abwehren. Und, aber eben, alle werden entfernt. Und dann werden im mittleren Feld, werden dann zwei Terramarker draufgesetzt, weil da ja der Vulkan hochgeht. Und in den angrenzenden Feldern werden dann bis zu zwei entfernt. Also, es wird um zwei reduziert. Das heißt, es kann sein, dass dann auch wieder ein ganzer Bereich versinkt im Kosmos und in der Mitte bäunt es sich dann so richtig auf. Und ihr müsst immer bei diesen Sachen mit im Kopf behalten, dass es da eben auch nicht nur darum geht, Einheiten zu entfernen. Sondern da geht es natürlich darum, dass sich das Terrain verändert. Dass plötzlich sich die Höhenverhältnisse verändern. Dass man andere Situationen hat, wie die Einheiten irgendwie verteilt sind. Die Wege, die man gehen kann. Man kann komplett seinem Gegner die Laufwege zum Beispiel abschneiden, wenn man an strategisch günstigen Punkten einfach ihm so einen Riss durchziehen lässt und sowas. Und das wird halt immer cooler bei dem Ganzen. Es wird immer komplexer, es wird immer größer, aber es wird auch eben immer cooler. Ich zeige euch jetzt einfach mal von unserem Match, was wir gespielt haben, ein bisschen den Mitschnitt. Und zwar haben wir das Ganze nicht physisch gespielt, der Falco und ich, sondern wir haben in Tabletopia gespielt. Das ist so ein Online-Tool, komplett kostenlos, bei dem man Brettspiele spielen kann, die von den Designern von diesem Spieler hochgeladen worden sind. Und der Falco, was ich eine super tolle Sache finde, hat das komplette Spiel momentan verfügbar auf Tabletopia. Ihr könnt es kostenlos da ausprobieren, da sind auch die Regeln mit dabei. Das heißt, es ist alles drin, was ihr braucht. Und er bietet sogar an, nach wie vor Demos zu geben. Wenn es natürlich die Zeit momentan erlaubt, weil er ist natürlich jetzt in der heißen Phase vor dem Kickstarter am Dienstag. Aber trotzdem, er gibt sehr, sehr gerne Demos und erklärt auch das Spiel so ein bisschen und sowas. Und er ist ein super netter Typ, also sagt gerne Hallo. Link dazu findet ihr dann in der Videobeschreibung, Link zu seinem Discord, wo ihr dann auch Spiele mit ihm ausmachen könnt. Sind direkt in Tabletopia im Chat drin. Und ich lasse es jetzt so ein bisschen laufen hier, damit ihr seht, wie das Ganze aussehen kann. Und ihr seht gerade auch hier, am Anfang läuft das Spiel relativ gemütlich an. Also es gibt natürlich hier auch schon ein paar Sachen, die man machen kann. Man entscheidet, okay, baue ich meine Städte, baue ich die ein bisschen weiter vorne, baue ich die ein bisschen weiter hinten. Weiter vorne heißt natürlich, dass ich weiter vorne Einheiten produziere. Weiter hinten heißt, dass meine Städte sicherer sind. Weil letzten Endes sind die eben auch sehr, sehr safe Mana-Produzenten. Weil die zählen auch immer als Einheiten. Das heißt, die zähle ich mit, wenn ich gucke, wie viel Mana ich bekomme. Und, ähm, aber ansonsten geht's eben erst mal relativ gemütlich los. Und ich hab am Anfang gedacht so, okay, das ist ja ganz gechillt. Es ist natürlich schon so ein bisschen, man überlegt sich schon, ah, mach ich das jetzt richtig? Äh, expandiere ich jetzt in die richtige Richtung? Platziere ich meine Einheiten gut? Da kann man natürlich einiges schon rumtricksen und machen, wie man seine Einheiten platziert. In unserem Fall zum Beispiel haben wir ein, äh, 2-versus-2-Spiel gespielt. Wenn man nämlich mit vier Spielern spielt, dann gibt's immer zwei Teams. Wenn man mit drei Spielern spielt, dann gibt's Free-for-All. Bei zwei Spielern oder zwei Göttern ist es dann auch wieder ein Duell einfach zwischen beiden. Aber bei vier Spielern eben macht man das so. Und wir haben zu zweit ein Vierspieler-Spiel gespielt. Was, finde ich, auch tatsächlich eine sehr, sehr gute Spielvariante ist, wenn man ein bisschen größeres Spiel haben will und ein bisschen mehr taktische Optionen. Weil dann natürlich, äh, da man sich so ein bisschen gegenseitig unterstützen kann. Man kann die Einheiten dann mischen auf den Spielfeldern und sowas. Und kann hier auch zum Beispiel ein bisschen besser noch Ressourcen generieren. Also man kommt schneller an Ressourcen ran. Und, äh, das ging dann relativ einfach los. Wir haben so ein bisschen Mana gesammelt. Wir haben unser Mana ausgegeben, natürlich auch für neue Felder, für neue Soldaten. Wir haben unser Leben ausgegeben für unsere Städte. Wir haben geguckt, dass wir auf unsere drei Städte kommen jeweils. Weil es gibt maximal drei Städte für jede Seite. Und dann, äh, haben wir halt, ja, so ein bisschen aufeinander zugebaut. Und irgendwann ging's dann halt los. Irgendwann fängt dann der eine, ich glaub, ich war's, es kann sein, dass ich's war, fängt halt mit dem ersten aggressiven Zauberspruch an. Ich hab halt direkt mal angefangen, da Meteoritenhagel reinzuhauen. Und er reagiert mit einem Teleport und, äh, folgt das Ganze dann mit einem Großangriff seiner Leute. Und das Spiel ist innerhalb, also, sagen wir mal, die ersten zwei Runden waren sehr, sehr entspannt. Und, äh, eben so ein bisschen taktisch noch. Und so ein bisschen so sich gegenseitig belauern, ein bisschen Verteidigungspositionen aufbauen, indem man so ein bisschen hochstapelt und sowas. Aber es war noch recht entspannt. Und in diesem Moment, in der dritten Runde, als dann die, die ersten Feuerbälle geflogen sind, da ist es dann einfach radikal eskaliert. Innerhalb von dieser Runde war einfach die Landschaft komplett auf den Kopf gestellt. Wir hatten Riesenrisse auf der Seite, äh, von Falco. Wir hatten plötzlich eine gegnerische Gottheit, die bei mir mitten im Territorium gestanden ist. Und plötzlich wurde hin und her teleportiert. Und es ist einfach, es ist wahnsinnig eskaliert. Und ich fand's megacool. Weil es wirklich sich, obwohl's nach wie vor sehr, sehr, sehr kopfig und sehr, sehr taktisch war. Also, es ist so ein Spiel, wenn ihr euch das vorstellt, man sitzt schon so ein bisschen da mit gerunzelter Stirn. So, wie man das bei vielen deutschen Brettspielen macht. Aber es gab halt eben immer wieder diese Momente, wo man gedacht hat, wow, okay, ich kann jetzt das und das und das machen. Und er macht plötzlich das und das und das. Und ich, what? Und so ging das dann die ganze Zeit. Und das Spiel ist dann relativ schnell in die Richtung gekippt, dass eben ein Spieler die Oberhand dann bekommen hat. In diesem Fall war's Falco, weil er halt letzten Endes auch der erfahrenere Spieler ist. Und ich einfach ein bisschen zu aggressiv dann tatsächlich vorgegangen bin. Und er hat's dann relativ schnell dann geschafft, einen von meinen Gottheiten auszuschalten und den nach hinten zu katapultieren. Und plötzlich hatte ich vorne ein ganz massives Problem, dass ich meine Zaubersprüche nicht mehr raushauen konnte. Und gleichzeitig hat er mich halt immer weiter in die Defensive gedrückt, bis wir irgendwann gesagt haben, okay, also, ich komm jetzt hier nicht mehr raus. Das ist jetzt Schachmatt sozusagen. Also, wir haben's dann nicht bis ganz zu Ende durchgespielt. Das muss man in diesem Fall auch nicht. Aber auch hier gibt's übrigens direkt auch Möglichkeiten, wie man das Spiel auch künstlich verkürzen kann. Weil natürlich im Standardmodus geht's darum, man muss so viele Gegner, beziehungsweise man muss den Gegner komplett auslöschen. Das heißt, er ist dann einfach, ja, komplett vom Feld. Aber das kann sich natürlich, je nachdem, wie fit die Spieler sind und wie vorsichtig und defensiv die Spieler sind, kann sich das natürlich hinziehen. Und da gibt's dann eben Möglichkeiten, um das zu verkürzen. Und eines davon ist eben die Armageddon-Mod. Da sind wir dann schon direkt bei den Mods, die das Spiel anbietet. Das sind Möglichkeiten, wie man das Spiel eben modifizieren, für die eigenen Zwecke anpassen kann. Und laut Falco ist eben die Armageddon-Mod schon fast so halb Standard gehört die zum Spiel. Einfach, dass man ein natürliches Ende hat für das Spiel. Und das ist auch ganz witzig, weil nämlich, ich schalte mal hier zurück, wieder die Hauptansicht, das ist einfach ein Zeitstrahl, an dem man sich lang bewegt und ab einer bestimmten Runde fängt dann Armageddon an. Weil nämlich die Götter sich jetzt so lang bekriegt haben durch diese Geschichte dieses Universums und jetzt so langsam hat das Universum genug und es bricht halt alles in sich zusammen. Und da gibt's dann eben verschiedene Phasen. In jeder Runde werden die schlimmer. Und da fängt's dann halt wirklich an, dass dann plötzlich das Universum in sich zusammenbricht. Das heißt, die äußeren Felder werden umgedreht und versinken dann im Nichts. Das find ich, also in Tabletopia hat er so, ja, so extra Teilmarker, weil das da nicht so ganz einfach ist, digital umzusetzen, die dann noch so Wirbel drauf haben. Aber ganz ehrlich, ich find's mit diesen schwarzen Dingern fast noch cooler, weil es ist einfach so dieses, das Nichts kommt jetzt und verschlingt dieses Universum. Und das Spielfeld wird dadurch deutlich kleiner und alles, was auf diesen Feldern ist, wird natürlich zerstört. Das heißt, die Spieler werden erst mal nach vorne gezwungen. Und dann geht's eben immer weiter. Dann werden, dann fängt's an, dass die Geländemarker immer weiter abgesenkt werden und immer schneller abgesenkt werden, je weiter das Spiel vorangeht. Und irgendwann ist dann halt einfach ein natürliches Ende da. Und es kann durchaus auch sein, dass dann beide Spieler verlieren, weil alle gleichzeitig aus dem Spiel genommen werden. Das gilt jetzt natürlich zu verhindern. Aber es ist halt so ein schönes Sudden Death, würde ich das nennen. Und Falco hat auch gemeint, das ist auch so ein schöner Modus, den man ein bisschen anpassen kann für seine eigenen Zwecke, weil man einfach sagt, hey, ich geh jetzt da hin, beziehungsweise wir spielen jetzt schon seit, keine Ahnung, anderthalb Stunden. Wir würden gerne so in einer halben Stunde Schluss machen. Dann lasst uns doch einmal kurz abstimmen. Fängt jetzt Armageddon an. Und dann stimmt man ab. Und wenn alle dafür sind, dann sagt man hier, zack, jetzt fängt Armageddon an ab der nächsten Runde. Und dann fängt es eben an, dass das Spielfeld in sich zusammenbricht. Ist tatsächlich was, das ich mir bei mehr Spielen wünschen würde, dass es eben genau so was gibt, so ein optionales Sudden Death. Dass man einfach sagen kann, okay, wir spielen jetzt hier nicht ganz zum Schluss, sondern wir spielen jetzt bis zu diesem Punkt, aber dann passiert noch was, das cool ist. Das Spiel endet nicht einfach, sondern es passiert hier noch wirklich was, mit dem wir irgendwie klarkommen müssen. Und ja, also eine schöne Sache. Und da sind wir dann tatsächlich auch schon bei den tatsächlichen Mods. Weil nämlich das Regelbuch, dieser Modus, den ich euch jetzt bisher erklärt habe, und ich hoffe, ich habe es einigermaßen einfangen können, wie sich das Spiel tatsächlich spielt. Der ist nur der Basic-Modus. Falco hat das Ganze so den Tutorial-Modus genannt, was ich allerdings ein bisschen ungerechtfertigt finde. Ich finde, der ist tatsächlich für sich schon perfekt spielbar. Ich würde mich, ehrlich gesagt, auch gar nicht rantrauen an irgendwelche Mods, bevor ich nicht diesen Modus ein paar Mal gespielt habe, weil der schon so unglaublich viele taktische Möglichkeiten bietet. Da gibt es auch wirklich, also weil es eben so viele Möglichkeiten gibt und weil nachher die Bewegungen und Manöver, die man fährt, auch ein bisschen komplexer werden können und unübersichtlicher werden können, gibt es auch eigene Tokens dafür, mit denen man zum Beispiel Zaubersprüche markieren kann oder man kann Angriffsbewegungen markieren oder man kann eben mit diesen Goldmünzen Einheiten markieren, die sich schon aktiviert haben zum Beispiel. Weil man zum Beispiel, wenn man mit Verbündeten spielt, kann man Verbündete, Miniaturen, die in der eigenen Fels stehen, kann man die mitnehmen, bei der Bewegung zum Beispiel, auch wenn der noch gar nicht dran ist, aber die gelten dann natürlich als aktiviert. Das muss man sich dann entsprechend merken oder markieren und sowas. Also das sind so ein paar Sachen, die man so im Kopf behalten muss, aber es werden auch so ein paar Hilfsmittel mitgegeben. Und wie gesagt, die Basismechaniken sind unfassbar einfach eigentlich. Aber es gibt eben für die Leute, denen es noch nicht reicht, gibt es eine nicht enden wollende Liste an Mods. Also ich zeige euch das einfach mal. Die Hauptregeln sind ungefähr dieser Teil. Das sind 16 Seiten. Allerdings auch relativ groß bedruckt mit jede Menge Bildern, Artworks und Beispielen und so. Und ab da geht es dann noch mal für ... Also in meinem Prototyp-Buch, ne? Für ungefähr elf Seiten geht es dann noch mal weiter mit Mods. Und da gibt es dann Sachen, die zum Beispiel die Spielzeit verlängern oder verkürzen. Das ist dann auch hier entsprechend immer farblich kodiert. Manche Mods verlängern die Spielzeit, manche verkürzen die Spielzeit. Es gibt relativ einfache Sachen. Das sind auch immer in so ganz kurzen Beschreibungen drin. Zum Beispiel, dass alle Spieler in der Ressourcenphase plus ein Leben bekommen. Das ist eine ganz kleine, einfache Sache. Macht aber, glaubt mir, im Spiel einen Riesenunterschied. Weil die Spieler schon direkt mehr und größer ausbauen können ihr Territorium und allgemein die Welt vor ihnen. Oder wir haben Overwhelming Power. Alle Spieler bekommen Phase 1 plus 2 Mana. Das ist ... Das hört sich ja auch sehr harmlos an. Ist es aber definitiv nicht. Ihr kennt vielleicht, wenn ein paar von euch hier als ein oder andere MOBA spielen. So Dota oder League of Legends. Es gibt da auch immer mal wieder so Community-Mods oder Fan-Modus. Und das eine davon ist der OMG- und der Roffel-Modus. Im Prinzip bedeutet das, dass alle Cooldowns von allen Fähigkeiten teilweise auf Null gesetzt werden. Das heißt, man kann die permanent instant abfeuern. Und dass die Mana-Kosten zum Beispiel auf Null gesetzt werden. Das ist ein völlig crazy-Modus. So extrem ist es hier nicht. Aber das kann man durchaus, wenn man zu viele Mods mitnimmt, machen. Weil, das ist ein wichtiger Punkt bei den Mods, es ist empfohlen, dass man maximal drei gleichzeitig nimmt. Weil je mehr Mods man draufpackt, desto wackeliger wird natürlich die Spielbalance. Weil das Spiel ist natürlich primär um den Basis-Modus herum gebalanced. Die Götter und so was haben jetzt keine super-Special-Fähigkeiten, die jedem eigen sind. Das heißt, es ist alles sehr symmetrisch aufgebaut. Und das heißt wiederum, dass bestimmte Mods wie eben mehr Ressourcen, die alle betreffen, dann jetzt nicht einen Spieler massiv bevorteilen. Aber es wird halt irgendwann ziemlich wonky. Das kann natürlich auch richtig Spaß machen, richtig witzig sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man hier so ein paar Mods auch zufällig bestimmt, zum Beispiel vor dem Spiel. Aber es sollte mal bedenken. Und zu solchen Modifikatoren gibt es dann zum Beispiel auch nur die verschiedenen Terrain-Mods. Das sieht man hier jetzt. Da kann man dann eben das Spielfeld ganz anders aufbauen. Und da sind dann auch entsprechend wieder Beschreibungen dabei, was da die Auswirkungen sind, was ich sehr, sehr nett finde. Zum Beispiel in der Fractured World, der obersten, da sind dann so Löcher drin. Empfohlen für vier bis sechs Spieler. Gibt längere Laufdistanzen und größere taktische Möglichkeiten. Oder den Satellit, finde ich auch sehr nett, wo man eben dann, jeder hat so einen Pfad, wo dann der eigene Gott startet. Auch hier wieder größere Distanzen, die man sich bewegen muss. Und da kann man zum Beispiel den Spieler mehr oder weniger einsperren, indem man ihm eben diesen einen Laufweg hier blockiert. Weil normalerweise hat man da schon einiges an Möglichkeiten, seinen Gott auch wieder rauszubewegen. Hier kann man das relativ schnell dann wieder einschränken. Und so weiter. Also da gibt es dann eben diese Terrain-Mods. Und es gibt sogar, finde ich nett, also zumindest im Prototyp-Regelbuch ist hier noch ein Extra-Bereich, wo man seine eigenen Fan-Mods reinschreiben kann. Also wo man diese Felder ausfüllen kann und dann eine Beschreibung dazu schreiben. Finde ich irgendwie charmant. Und ja, es gibt auch noch Mods, die dann zum Beispiel die Zaubersprüche verändern. Also die Zaubersprüche zum Beispiel stärker, mächtiger, zerstörerischer machen. Und so weiter und so weiter. Und genau. Also ihr seht, hier ist zum Beispiel auch diese Time-Leiste für die Armageddon-Mod und so. Also da ist schon echt einiges drin bei dem Ganzen. Und das ist im Prinzip auch so einer der Alleinstellungsmerkmale, die das Spiel mitbringt, dass man eben sehr, sehr viel Freiheit hat, wie man das Ganze angehen möchte. Wie gesagt, es gibt dann auch so schon im Basismodus verschiedene Varianten, wie man spielen kann. Man kann es eben Free-for-All spielen, jeder gegen jeden. Auch beim Fünf-Spieler, also bei den ungeraden Spielerzahlen, da kann man dann auch jeder gegen jeden. Das stelle ich mir auch sehr, sehr witzig und sehr, sehr chaotisch vor. Es gibt aber auch eben dieses knallharte Duell-Modus mit einem oder zwei Götter pro Seite. Also da kann man auch schon echt viel machen. Und ich glaube, wenn ich nichts Essentielles vergessen habe, dann sind wir jetzt schon bei dieser Phase, wo ich euch erzähle, wie ich es jetzt eigentlich wirklich finde. Weil ich war so ein bisschen skeptisch zu Beginn bei dem Spiel, weil wie vielleicht viele von euch ich erst mal mit dem Design, mit der Ästhetik konfrontiert wurde. Und die ist halt eben speziell. Ich habe mich da auch mit dem Falco drüber unterhalten und er hat gemeint, er wollte halt wirklich was anderes. Er wollte nicht irgendwie generisch Fantasy oder irgendwas, sondern er wollte was, das einen Wiedererkennungswert hat. Und ja, das hat definitiv Wiedererkennungswert. Ich weiß aber auch, dass es nicht den Geschmack treffen wird von jedem. Allein von der Optik, von der Ästhetik, auch von den Artworks her. Also ihr seht das hier jetzt auf dem Regelbuch. Ich meine, das ist das gleiche Artwork wie hier. Auch hier, das hat so ein bisschen so einen gerenderten, 3D-gerenderten Stil. Und auch hier ist es mir erst mal schwergefallen, irgendwie zu sehen, was sehe ich denn hier jetzt eigentlich? Ich sehe hier einen Wolf. Ich sehe hier eine Schildkröte mit einer Burg auf dem Rücken. Ein Wildschwein, das vor sich wie so einen Kelch eine weitere Stadt trägt. Also das sieht so ein bisschen aus wie ein Mix aus irgendwie vorzeitlicher Höhlenmalerei, Schamanismus, Fantasy und einem ziemlich wilden LSD-Trip. Ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung für das, was sich einem hier bietet bei diesem Spiel. Und es geht halt tatsächlich gerade weiter, wenn man dieses Spiel jetzt halt sich anguckt. Und wenn man hier nochmal, ich finde beim Tabletop-Simulator sieht man das auch noch ziemlich gut, wenn man sich hier das Spielfeld jetzt anschaut. Ihr seht übrigens hier auch schon, wie Falco seinen Gott hier in mein Hinterland rein teleportiert hat. Aber es ist unfassbar farbenfroh mit sehr, sehr grellen Farben. Besonders wenn man dann anfängt, auch noch die Teilmarker so ein bisschen durcheinander zu schmeißen, weil man eben nicht mehr genug eigene hat, dann wird es eben noch bunter. Und auch die Artworks auf diesen Boards zum Beispiel oder auf den Tokens, die auch die Artworks letzten Endes bei allem. Es ist sehr, sehr viel Farbe drin. Es ist sehr, sehr viel Kontrast drin. Und es ist halt, ja, eine visuelle Explosion. Und wie gesagt, das wird nicht jedem gefallen. Ich muss sagen, jetzt, wo ich es gespielt habe, ist mir auch der Stil so ein bisschen mehr ans Herz gewachsen. Weil letzten Endes dieses abgedrehte, kosmische, höhlenmalerische passt zu dem Setting. Definitiv. Und das Gameplay auf der anderen Seite passt auch zu dem Setting. Auch wenn es eben erst mal auf den ersten Blick sehr nüchtern daherkommt, sehr technisch. Ich habe auch gleich den Falco gefragt, Falco, du bist doch irgendwie Entwickler oder Ingenieur. Und ja, ja, natürlich, er ist Ingenieur. Ja. Und das merkt man natürlich auch bei dieser Art von Spiel. Ist vergleichbar vielleicht auch mit so einem Spiel wie Dice War, was ich vor kurzem vorgestellt habe. oder vor kurzem vor einiger Zeit schon, aber wo ich vor kurzem eine Erweiterung vorgestellt habe, das auch so ein Spiel ist, das unfassbar kopfig ist. Und unfassbar schachig auch in seiner Natur, weil es eben keinen Zufall hat, aber gleichzeitig so viel Komplexität und taktische Möglichkeiten bietet, dass es gut ist, dass es keinen Zufall hat. Weil nämlich allein mit den Entscheidungen, die mit diesen vielen taktischen Möglichkeiten zu irgendwie hantieren, die meinen Gegner dann von Runde zu Runde trifft, ist schon mehr als genug Unsicherheit, um das Spiel trotzdem interessant zu halten. Und ich schätze mal, also man hört das aus der Art und Weise, wie ich über dieses Spiel bisher rede. Ich finde es richtig gut. Ich finde, das Spiel ist was sehr Besonderes. Und es hat sich wirklich angefühlt, als ob die Götter Schach spielen. Einfach mit diesem Galaxy-Brain, was man da an Möglichkeiten hat und gleichzeitig aber dieses sehr bedachte, dieses, okay, wir machen vorsichtige Schritte nach vorne und es eskaliert aber immer weiter, im Gegensatz zu einem Schacht, das irgendwie immer weiter reduziert wird, weil irgendwie die Stücke vom Spielbrett entfernt werden, wird es hier immer größer. Und es eskaliert immer weiter, bis zu so einer Explosion kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil auf dem Spielfeld Vulkane in die Luft gehen. Und dann bricht alles in sich zusammen. Und dann ist wieder ein bisschen Ruhe kurz. Und dann geht's wieder los. Also das hat so, das kommt so in Wellen, das Spiel. Und es kann sein, dass nach dieser ersten Explosion alles vorbei ist, weil es wirklich so dermaßen eskaliert ist, dass ein Spieler sich nicht mehr erholen kann. Aber mit der Erfahrung der Spieler kann es sehr, sehr gut sein, dass das Spiel dann auch wieder, quasi sich wieder nach oben bewegt. Und das Spiel ist da auch gnadenlos. Also es gibt keine irgendwie Rubberbanding-Mechaniken, die irgendwie einen Spieler bevorteilen, der gerade im Nachteil ist. Wenn man einen harten Nachteil sich erspielt hat, dann ist es sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Also wenn man das nicht mag, dann ist das wahrscheinlich auch kein Spiel für euch. Genauso, wenn ihr einfach lieber Würfel schmeißt, dann ist das definitiv kein Spiel für euch. Wenn ihr aber sowas genießt, also gerade sowas Kopfiges, das aber trotzdem thematisch stark ist, also ein Schach mit ein paar Komplexitätslevels drüber und gleichzeitig aber auch einer thematischen Unterfütterung, die irgendwie Sinn macht, also die spielerisch und gestalterisch Sinn macht, dann würde ich mir das tatsächlich mal anschauen. Es muss euch natürlich letzten Endes auch gefallen, so wie es aussieht, wenn es auf dem Tisch steht. Ich meine, ich habe andere Brettspiele regelmäßig auf dem Tisch, zuletzt zum Beispiel sowas wie The Great Wall, das auch unfassbar thematisch und unfassbar taktisch ist, das aber vom Artwork, vom Design, von den Miniaturen ein Stückchen runder ist einfach. Aber das ist halt auch ein Spiel, da steckt eine Riesenfirma mittlerweile dahinter mit Awakened Realms. Das hier ist wieder mal so eins von diesen Herzensprojekten von einer einzelnen Person mit Unterstützung von ein paar mehr Leuten noch. Also das ist im Prinzip ein Startup. Falco nennt selber die Firma auch ein Startup und ja, das ist ihr erstes Projekt. Einfach spielerisch grandios. Artwork, ich habe mich mit ihm unterhalten, er hat gemeint, ja, nächstes Mal würde er vielleicht auch eher auf ein generischeres Artwork und einen generischeren Stil gehen. Könnte ich verstehen, weil es letzten Endes, ich meine, da muss man einfach ehrlich sein, gerade auf so einer Plattform wie Kickstarter wird man mit einem gemeingefälligeren Stil letzten Endes deutlich mehr Anspruch finden, mehr Leute reinziehen können. Besonders wenn man natürlich die Leute auch dazu animieren will, das Gameplay auszuprobieren, was halt echt gut ist. Aber es ist auch gleichzeitig ein bisschen schade. Das ist irgendwie was, das mich natürlich so ein bisschen stört, aber wo ich auch weiß, dass man da relativ wenig dran machen kann. Weil letzten Endes will man natürlich als Spieldesigner, dass die Leute das Spiel spielen. Und wenn dann nachher die Leute abgeschreckt sind, weil sie von der Ästhetik abgeschreckt sind, dann spielen sie das Spiel auch nicht. Das ist ein Dilemma, mit dem ich zum Glück nicht mich beschäftigen muss, weil ich nicht von dem lebe, was ich mache. Aber das mir natürlich immer wieder begegnet in diesem Bereich. Deswegen, also, ich finde, das Spiel ist wirklich ein Blick wert. Definitiv. Und wenn es nur heißt, dass ihr einmal bei Tabletopia vorbeiguckt und entweder mit einem Freund oder ein paar mehr oder eben direkt mit dem Falco, wenn er gerade Zeit hat, eine Demorunde macht und es einfach mal ausprobiert. Es kann gut sein, dass ihr sagt, nee, nee, das ist mir zu kopfig, das ist mir zu komplex, das ist mir, ja, es macht mich einfach nicht an. Dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn ihr irgendwie so auf der Kippe seid, also wenn ihr sagt, das sieht ein bisschen komisch aus oder ich weiß nicht, ob das für mich ist, schaut es euch einfach an. Ihr habt alle Möglichkeiten, das euch anzuschauen. Vertraut nicht nur auf das, was ich gesagt habe. Das ist sowieso immer natürlich die Devise. Man sollte nicht nur auf die Meinung mit einer Person hören, aber schaut einfach, was für euch da drin ist in diesem Spiel. Ich finde es gut. Von mir kriegt es eine Empfehlung mit Einschränkungen einfach. Aber diese Einschränkung, die hängt komplett von euch ab. Wenn euch das gefällt, so wie das Spiel aufgemacht ist, dann ist das Gameplay für mich definitiv losgelöst von allem eine Empfehlung wert und alles andere müsst ihr selber entscheiden. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ihr findet in der Videobeschreibung den Link zum Kickstarter natürlich und auch den Link zum Tabletopia, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Wie gesagt, da könnt ihr auch einfach mal die Regeln euch anschauen. und ansonsten bedanke ich mich fürs fleißige Reinschauen. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und sagt natürlich gerne weiter, dass es meinen Kanal gibt. Das hilft mir am allermeisten. Und an den lieben Falco, viel Erfolg bei der Kickstarter-Kampagne. Ich drücke die Daumen und bin gespannt, was da noch so alles kommt von Creator Board Game Studios. Ja, euch allen ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.